Ein paar neue Drugs wären jetzt eigentlich nicht so verkehrt. Und was ist das da eigentlich für eine Tafel? Es gibt eine Notiz über ein Upgrade des Netzhaut-Scanners, der den Zugang zur Bibliothek kontrolliert. Außerdem hat jemand einen Zeitungsartikel über Unterernährung und Nahrungsversorgung an die Tafel geheftet. Der hat aber gute Augen, dass er es von da gesehen hat. Aber da können wir uns jetzt nichts... Pokertour? Okay, be there. Wir können uns jetzt nichts weiter angucken. Ja, Update für Netzhaut-Scanner, das klingt doch eigentlich relativ relevant für uns. Aber scheint er sich nicht näher angucken zu wollen. Na gut. Dann, äh, bitte sehr. Selber Schuld hinterher, ne? Aber hinterher nicht jammern. Okay, der Weg stimmt noch. Ich frage mich gerade... Ah, okay, das ist die Tür, die zugesperrt war. Ah, machen wir sie mal auf. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht, aber wir machen es einfach mal. Das hat uns ja bisher auch noch nicht abgehalten. So, Infirmary, das sieht aber jetzt nicht so gut aus, oder? Wenn es da rot leuchtet. Mal gucken. Die Tür öffnet sich nicht und es scheint kein Schloss zu geben. Die Tür trägt die Bezeichnung ID 3061. Ob ich das wohl irgendwie verwenden kann? Ja, wahrscheinlich in der Computer Central. Würde ich mal vermuten. Kantine, aha. Gucken wir mal. Sie ist entweder abgesperrt oder verkeilt. Egal, ich komme nicht durch. Na gut. Schade. Hm. Okidoki. Dann können wir... Dann können wir natürlich mal in... Joa, hier Computer Central gucken. Also, ist das da? Oder wie sieht's aus? Schauen wir mal. Hm. Warum steht der Raum hier offen? Aha. Ein paar Spinte. Da könnte man eventuell neue Drogen finden. Das wäre vielleicht ganz gut. Und was ist das hier? Das passt hier irgendwie auch nicht so richtig hin, oder? Anscheinend befinden sich hinter dem Glas einige Schriftstücke. Vielleicht bekomme ich sie heraus. Ja, kann man versuchen. Warum genau? Keine Ahnung. Können wir mit der Hand einfach gegenwerfen? Na, schauen wir mal, was wir hier so finden. Hm. Nö. 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 Ja. Nehme ich. Ähm. Hier irgendwie so ein Eispickel oder ein Hammer oder so, ne? Wäre schon... Wäre schon der Hammer. Eigentlich. Hm. Damit können wir jetzt scheinbar nichts machen. Wir haben nichts, was wir einfach so irgendwie werfen könnten. Ein Säge? Ernsthaft? Nee, das geht nicht. Ja, okay. Das sehe ich zur Abwechslung mal ein hier. Spritze? Nee, das ist auch nicht so. Hier, das. Das ist das richtige Werkzeug dafür. Hm. Okay. Eine illustre Vergangenheit. Eine aufregende Zukunft. Das Archaikum. Eine jahrhunderteübergreifende Geschichte. Als Mitglied des Archaikums sind Sie Teil einer Organisation, die lebenswichtig für den Schutz der menschlichen Rasse ist. Ho, 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 ganz schön hochtrabend. Wenn Sie kein Mitglied des Archaikums sind, melden Sie sich bitte beim Verbindungsoffizier der nächstgelegenen Gemeinschaft. Das Archaikum, wie wir es kennen, wurde im Jahre 1519 vom mailändischen, adligen Francesco Melzi gegründet. Die Fundierung der Bewegung, von manchen fälschlicherweise als Sekte bezeichnet, beruhte auf den privaten Werken von Leonardo di Serpiero da Vinci. Leonardo da Vinci? Die er auf dem Sterbebett an Melzi weitergab, seinem zuverlässigsten Schüler. Zu jener Zeit kursierten viele Gerüchte über eine sexuelle Beziehung der beiden, was eine Erklärung für die Verschwiegenheit war, die sich die beiden gerne zu eigen machten. Ho, 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 also was wir ja alles erfahren und alles Fakten, alles Fakten, ja. Wenig bekannte Fakten zugegeben am Arsten, aber naja. Über die Ingenieurstätigkeit von Da Vinci ist vermeintlich viel bekannt, obwohl die wenigen der Öffentlichkeit bekannten Skizzen und Notizen kaum die Oberfläche seines Wissens berühren. Ich muss dazu sagen, vielleicht gibt es da ja wirklich so eine Story und ich kenne sie nur nicht. Mag auch sein, dann, ja, Entschuldigung, aber na gut. Beispielsweise wird oft behauptet, dass seine Flugapparate gänzlich unpraktisch gewesen seien. Jetzt wissen wir, dass sie nur dann unpraktisch sind, wenn sie durch von Menschen produzierte Materialien eingeschränkt werden. Oh, Materialforschung, verstehe. Das Archaikum blieb jahrhundertelang unbekannt. Melzi und seine Nachfolger wussten um die Macht seines, nee, eines Namens, seinen Besitzer zu identifizieren und festzulegen. Und selbst heute bleibt Archaikum ein inoffiziell und intern verwendeter Begriff. Wir stehen vor dem Beginn des 21. Jahrhunderts und das Archaikum füllt seine altvertraute Rolle aus. Das Auffinden, Verstehen und Schützen von Xeno-Lebensformen und Beweisen, wenngleich in weit größerem Maßstab. Heute verfügt unsere Bewegung in 203 Einrichtungen weltweit über mehr als 30.000 ergebene Mitglieder. Okay, ihr seid ganz normale Leute. Ich verstehe schon, ihr seid auch überhaupt nicht verrückt oder so. Naja, wer weiß. Oh, guck mal hier. Merkwürdiges Artefakt. Hätte ich fast übersehen. War relativ gut getarnt. Weiß ich gar nicht, was mich dazu verleitet hat, mich darunter zu beugen. Wahrscheinlich der hier Dingsbums. Wie heißt er? Ihr wisst schon. Unsere zweite Persönlichkeit. Irgendwas mit C. Wie hieß er denn nochmal, verdammt? Hier. Ja, ihr wisst schon. Werden wir wahrscheinlich noch öfter hören. So, Storage Machine Room Infirmary. Haben wir entweder schon abgegrast oder wir kommen noch nicht rein. Sind wir... Ah, jetzt sind wir... Okay. Da ganz oben, tatsächlich. Na gut. Dann können wir eigentlich hier mal zur Computer Central gehen und vielleicht ja die andere Tür da aufschließen. Oder so. Computer Central. Das ist ja schön. Aha, ja. Hm. Hier sieht es ja relativ modern aus. Irgendwie. Abgesperrt. Vermutlich wegen der Spannungsspitzen. War es abgesperrt? Sieht aber nicht so abgesperrt aus, ehrlich gesagt. Na, von mir aus. Die Regale enthalten verschiedene Handbücher, Ersatzteile und anderes computerbezogenes Material. Vielleicht kann ich eine Betriebsanleitung für dieses Zeug hier finden. Vielleicht, ja. Ist das da? Ne, gar nichts. Ist nur ein Licht. Ah, okay. Server Installation. Ja, jetzt wird es langsam interessant hier für den Ochizockt. Hm. Äh, Server Installation, Schnellstart Anleitung. Der häufigste Grund für Frust während der Installation ist der Einsatz falsch formatierter Leiterplatten. Hm. Bitte prüfen Sie vor dem Fortfahren mit Standardprogramm, ob Boot-Netzwerk und Interface-Karten korrekt funktionieren. Hm. Erforderliche Leiterplatten, Programmanzahl in Klammern. Boot-3 ordnet grundlegende Konfigurationsdaten für Disklaufwerke und andere Hardware zu. Netzwerk-5 verwendet hochentwickelte Kommunikationstreiber zur Zugriffskontrolle auf lokale Intranets oder Hub-Netzwerke, verfügt über neueste Sicherheitsprotokolle. Interface-4 beinhaltet alle für Server- und Dateizugriff erforderlichen Programme, einschließlich hochstufigem, Entschuldigung, direktem Hardware-Zugriff. Hm. Leiterplatten-kompatible Programme. Circuit-Setup zum Aufruf sämtlicher Programme erforderliches Programm. Disk-Info-Setup ordnet Disklaufwerk Konfigurationsdaten zu. Hardware-Locator ordnet Hardware-Konfigurationsdaten zu. Socket-Protokoll installiert Kommunikationstreiber. Firewall bietet Schutz vor unbefugtem Zugriff. Antivirus bietet Schutz vor bösartigen Programmen. Hm. Antivirus-Software. Die habe ich ja auch so ein bisschen gefressen. Hat mal hinterher mehr Probleme und scheuen Tor offene große Einfallstore als ohne. Ja, ja, ja. Entschuldigung, ich schweife ab. CMD-Interface installiert Interface für Server-Zugriff. Netlocator installiert erforderliche Routinen für Intranet-Zugriff. File-Stream installiert Treiber für Datei-Zugriff. Admin-Tools installiert Hardware-Zugriff erforderliche Tools. Auf allgemeinen Wunsch hin erfordert der Server für uneingeschränkte Funktionalität nicht länger die neueste Windows-Version. Ah ja, schön. Okay. Also, wir müssen jetzt irgendwie ganz viele Leiterplatten besorgen. Sehe ich das richtig? Der Monitor ist hinüber. Ja, so ziemlich. Allerdings. Allerdings. Hat er sich denn irgendwas notiert dazu? Hier haben wir genau eine ID. Blablabla. Eine zauten Dingsbums. Das wissen wir ja auch. Und Dr. Eminis. Alles klar. So weit, so logisch. Das waren einmal Gehäuse für Leiterplatten. Mhm. Ah so, ah so. Da müssen die dann wahrscheinlich rein. Oder so. Vielleicht. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Mal schauen. So, dann suchen wir mal ein bisschen. Ich glaube, ich muss gleich ein Päuschen machen. Ich bin schon sehr heiser. Ich habe vorhin auch, äh, arbeitsbezogen schon ganz viel, ganz lange laut gequatscht. Und jetzt geht es hier weiter. Ich, ja, sonst bin ich morgen ganz heiser. Morgen früh geht es nämlich weiter damit. Mhm. Ah ja. Guck mal hier. Sehr schön. Schmerzmittel kann man machen. Vielleicht sollte ich die Schubladen hier offen lassen oder so. Oder einige davon. Zumindest, damit wir sehen, dass wir da schon mal dran waren. So, was ist hier? Okay. Das ist der Cube nämlich. Das ist Cube. Der Dampf hier deutet ja darauf hin, dass wir besser unsere Maske nehmen sollten. Schauen wir gleich. So. Das Terminal ist irreparabel beschädigt. Ja, also, wenn man es direkt ausdrücken wollen würde. Hier ist ziemlich alles im Arsch. So, äh, keine Karte im Steckplatz. Hier haben wir die ganzen Programme. Verstehe. Können wir aber im Moment scheinbar nichts mitmachen. Sieht so aus wie das da vorne, ne? Für Leiterplatten eben. Leiterplatten. Ah, habt ihr das gesehen, wie die sich verstecken wollte einfach vor uns? Mhm. Ah, schau an. Bunte Leiterplatten. Boot-Network-Interface. Aha, aha, aha. So. Äh, wie, wie war das da nochmal beschrieben? Warte mal, warte mal. Äh, Programmanzahl in Klammern. Drei, acht, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ne. Keine Ahnung. Wie das korrespondiert. Drei, fünf, vier. Hm, hm. Gut, das wird korrekt funktionieren. Programmanzahl. Ich weiß noch nicht so genau, was wir mit dieser Programmanzahl anfangen sollen, ehrlich gesagt. Aber offensichtlich vielleicht. Ja. Diese Leiterplatte sollte in die Maschine passen, die ich im nächsten Raum gefunden habe. Ja. Huch. Ich hab sie hier wieder eingesetzt. Können die ja erstmal sammeln, vielleicht. Network. Und Inter... Inter... Interface. Ja, danke. Interface. So. Äh, ZX25 Chipset. Jaja, das Gute. Das Gute ist das nämlich. Elektroschränke. Dieser Teil des Komplexes verbraucht viel Strom. Boah. Können wir damit denn irgendwas machen? Im Moment scheinbar jedenfalls noch nicht so. Hm. Wir könnten unser eiskaltes Händchen da natürlich mal reinstecken. Aber, hm. Ob das so Sinn macht? Was passiert denn, wenn wir hier so eine Karte mal einsetzen? Die Leiterplatte ist beschädigt. Und unbrauchbar. Was? Beschädigt. Was machen wir denn dann damit? Ähm. Irgendwie für 5 Minuten bei 120 Grad im Ofen backen. Oder so vielleicht. Wir probieren hier zwar mal die anderen aus. Aber ich bin da... Jaja. Ich bin da nicht sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Ah, ah. Nee, 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 nee. So wird das nix. So gibt das keinen. So gibt das keinen. Dann müssen wir wahrscheinlich hier rein. Ich probier's mal kurz. Hm. Das scheint einfach so zu funktionieren. Okay. Ähm, ja. Das ist an sich gut und schön. Allerdings scheint es im Moment nichts zu bringen. Nö. Na gut. Können wir den hier wieder zumachen? Ja, können wir tatsächlich. Da ist Hal. Habt ihr das gesehen? Das Auge von Hal. Ähm. Können wir vielleicht die Leiterplatten da vorne reinlegen? Was auch immer es bringen soll. Keine Ahnung. Nee, das scheint nicht zu gehen. Das scheint gar nicht zu gehen. Ich bezweifle auch so ein bisschen, dass wir die einfach so wieder reparieren können. Ging's hier nicht in die andere Richtung auch weiter? Ja. Tatsächlich. Ein Schließfach. Wo? Ich erinnere mich, was du hier warst. Dr. Swanson hat mich in. Ich erinnere mich in jede einzelne Syllabe unserer Konversation. Es gab immer so klein eine Inflation in ihrer Tone, die mir nicht mehr vertraut hat. Warum, wenn sie immer die Dinosaurier-Extinction, 65 Millionen Jahre vor... Uh, would she think that? I... We share the same history. You and I are history. I recall... I recall the day of my birth. 18th of September, 1964. 3.46993412. Recurring minutes past 9. I remember my mother looking surprised. As I poked my head out into the world for the first time. You need a security registered palm. Something I can provide. You need it at the library. Something beyond my reach. When I became infected by those mindless zombies, I split off from the others and secured myself here. I cannot leave. Nonetheless, you will need a hand. I will not. Bring me a sword. I recall seeing one on my first day here. Three years ago, climate change of 10 degrees over the past 1 million years. Walk east and take the first door on your right. There are others. He's like you, like us. Yet he is not us. Why is he separate and yet we are bound together? Are we truly a we? Or are we simply an I with two faces? But I am not a monkey. Good, 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 good. It has been precisely 12 days, 11 hours, 39 minutes, and 12.4 seconds since something good last happened. Whoa! Whoa, 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 what? Bader, come for us. Get over here. Embrace me, glorious boy. Embrace me. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Oder? Oh. Alter. Der hat sich gerade noch umgedreht. Öh. Uuh. Ich würde gerade sagen, können wir uns vielleicht hinter ihm entlang. Schleichen. Schleichen. Ja. Und was ist jetzt mit der Hand, die uns versprochen wurde? Hallo? Sie haben uns da was... ...gesprochen. Ha, 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 ha. Oh, shit. Nein, 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 nein. Nöö. Ah, verflucht. Können wir uns hier irgendwie einsperren oder so? Das wird doch im Leben nicht funktionieren. Oder hätten wir einfach das nehmen sollen, was er uns da hingeschmissen hat? Fuck. Nee, das können wir auch nicht nehmen. Pass auf, pass auf, wir gehen hier einmal raus. Nein. Was, im Einschub befindet sich eine Leiterplatte? Zu mich veralbern? Was, was, was machen wir denn mit dem? Ha, 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 ha. Ja, 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 komm her. Ich habe wenigstens eine Möglichkeit auszuweichen. Klammern, hoffe ich. Können wir ihn hier einsperren? Oh, 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 oh. Ich glaube, das wird nicht lange halten, oder? Doch, yes. Honiglich, ich meine es. Gut gemacht. Ich war nur über die Come-Get-Em-Thing. Was soll wir Celebrate mit mit einem nice, relaxing Sianide, huh? Ich bin sicher, ich habe ein paar Anthrax-Line auch. alcentol, mit einem Und mit einer auf weiter ist von Höhrer zu